Und damit hallo meine Pokéfreundinnen und Pokédenten zu einer weiteren Folge von Pokémon Blau Edition. Wir sind jetzt hier in der ersten Arena angelangt und ja, ich würde sagen, erstmal schauen wir, was das hier steht. Ah, steht nichts oder? Doch. Memorial City, Pokémon Arena, Leitung, Rokko. Bisherige Sieger, Gaby. Gaby war ja schon, Mist. Sie kommt zu spät, was passiert? Hallo, sieht aus, als hättest du das Zeug zu einem Pokémon Champion. Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Lass mich dir den Weg zum Erfolg zeigen. Ja? Alles klar, dann kann es losgehen. Das Pokémon an der Spitze der Pokémon Liste kämpft als erstes. Wenn du die Randfolge der Pokémon änderst, könnten Kämpfe leichter werden. Wow, das ist ja der beste Tipp. Ich kann mal eben schauen. Ja, doch, Skrotos auf Platz 1. Na gut. Wir könnten den easy peasy einfach so skippen und dann direkt gegen Rokko kämpfen. Ja, das ist Rokko, auch wenn er null aussieht wie Rokko. Aber naja. Na, können wir gegen den. Bleib stehen, wo du bist, Kleiner. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rokko antreten kannst. Lichtjahre, sagst du also? Das glaube ich nicht, mein Freund. Das glaube ich nicht. Fahrtfinder. Oh, wie süß. Das Gesicht sieht süß aus, aber der Boden verdickt, der ist einfach nur Pixelmatsch. Blubba. Au. Lol, die sind in der Level 11. Oh, lol. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Einfach den ganzen Spammen. So. Übrigens, ähm, wollte ich noch eben was anmerken. Und zwar die Sprites, die ich, ähm, auf der rechten Seite für die, ähm, Pokémon benutze. Oh, Level 11. Geil. Das sind natürlich alte Sprites und nicht die neuen. Ähm, möchte ich Pokémon verwechseln? Nein. Sandern. Oh, wie süß es damals aussah. Sieht null aus wie so ein richtiges Sandern. Das sieht aus wie ein echtes, echtes Tier. Was gibt den Namen nicht von dem echten Tier? Auf jeden Fall, ähm, manche von den Bildern, die sind zwar, die sehen mehr so von den neueren aus, aber das sind die, ähm, gar nicht. Sondern immer noch alte. Halt so Konzeptart, oder halt allgemein altes. Ist ein bisschen schwer zu erklären. Vielleicht komme ich in einem anderen Zeitpunkt nochmal drauf zurück. Wer weiß. Aber wer weiß. Vielleicht doch nicht. Boah. Was dauert das denn jetzt so lange? Was? Attackegegner nehmen? Ach, nö. Ich achte die ganze Zeit gleich auf den Kampf. Ja, wie oft geht das? Ja. Genau. Also, ne, jetzt wird's langweilig. Geht doch. Oh, da wird zwölf. Nice. Handfinder wurde besiegt. Mist. Lichtjahre messen die Entfernung, nicht die Zeit. Alles klar. Äh, hi. Ich bin der Arenaleiter von Marmora City. Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es noch immer mit mir aufnehmen? Okay. Zeige mir, wie gut du bist. Oh, die Musik. Die ist episch. Rocco möchte kämpfen. Wie der aussieht. Hatte Kleinschann damals noch Haare, oder was? Episch. Ich versetze mich gerade viel zu viel in die Musik rein. Schon Level 13, was ist denn los? Wir haben gleich schon noch ein, schon ein, äh, Schillock. Was? Welches Pokémon war das jetzt? Ich hab's nicht gesehen. Oh, nix, ne? Ja. Oh, nix war klar. Ja, oh, nix wie normal aus. Das wird easy. Hätten wir jetzt Glimander, dann wären wir death. Dann wären wir richtig tot. So, das war's schon. Wir haben gewonnen. Und schon wieder ein neues Level. Was ist denn da los? Spiel ist viel zu einfach. Mike, mir siegt Rocco. Zu easy. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Ehre. Ehrabietung. Mike hält den Felsorden. Ja, ganz normales Single, okay. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Wenn du's nur hättest, du Loser. Mike gewinnt 1.300. Nice. Warte, nimm das hier mit. TM 43. Für die Leute, die nicht wissen, was TM ist. Ich glaube, das erklärt's sogar. Ja, okay. Eine TM enthält Attacken, die Pokémon erlernen können. Man kann an der TM nur ein einziges Mal verwenden. Heutzutage den neuen Spielen öfters, was zu einfach ist. Aber egal. Wähle Sorg fertig jenes Pokémon aus, dem du eine TM geben möchtest. TM 34 ist Geduld. Dein Pokémon absorbiert die gegnerischen Attacken und kontert mit doppelter Kraft. Heißt so viel wie, ähm, drei Runden nichts machen und dann eine richtig starke Attacke. So oft er angegriffen wird, so mehr kommt er raus. Egal. Ich würd sagen, wir sehen uns gleich wieder, denn wir haben noch eine Rechnung offen, wenn ihr versteht. So, da wären wir dann auch an diesem Punkt, erinnert ihr euch? Denn es ist niemand anders als ein Pokémon. Oh, ein wildes Nidoran, weiblich. Oh, wie süß das aussieht damals. Das ist wie so ein Nager. Aber nein, du bist nicht unser Gegner. Es ist... Nee, wisst es alle schon. Was? Ach, der kommt gar nicht mehr? Loll. Als ob der nach den ersten Norden nicht mehr kommt. Ist ja witzig. Ja gut, wissen wir das auch mal. Übrigens hab ich während des Weges einen Trank gefunden im Wald. So, damit du das Bescheid wisst. Tja, dann, äh, kämpfen wir halt nicht gegen, ähm, Gary. Wie, der hat wahrscheinlich Angst gehabt. Er weiß, dass wir zu stark sind, wenn unser Shiggy sich bald entwickeln wird. Oh, und der Typ ist jetzt hier weg. Heißt, wir können weitergehen. Bevor ich das mach, sollte ich lieber nochmal speichern. Nur zur Sicherheit. Zwei im Pokédex, wow. Ich weiß nicht, ob man irgendwas bekommt, wenn man, ähm, Pokémon fängt. Ich werde demnächst mal ein paar Pokémon fangen. Halt einfach so, um den Pokédex aufzufüllen. Hi, möchtest du kämpfen? Geht's schon. Was starrst du mich so an? Äh, du starrst mich. Ey, egal. So. Kämpfen gegen ne Göre. Und sie hat nen Taubsi. Wir haben auch nen Taubsi, willst du's mal sehen? Das zeig's dir. Ist richtig cool. Es nennt sich Patex. Und wird dich zerracken. In nem Schnabel. Mit nem dummen Sandwirbeln. Das kann ich auch, weißt du? Ja, genau. Das Spiel hasst mich. Ah, danke. Geht doch. Ohne Witz. Üppig günst. Die ganze Zeit im Rückweg und Hinweg zu Gary kamen so gut wie gar keine Kämpfe. Das ist episch. Heizorbits stirbt doch. Ich bin ein Level höher als du. Sind wir hier? Ich mach' ein bisschen vor. Das ist ein bisschen langweilig. Also bei langweiligen Momenten, wenn ich zum Beispiel 10.000 Mal Sandwirbel in die Fresse bekommen, dann skippe ich einfach, weil das ist dann wirklich langweilig. Patex Level 14. Ne, 14. Level 11. Skrösses Level 14. Ja, ich hab's grad nicht gesehen, welches Pokémon es ist, aber... Ja, okay, taub sie. Skrösses auch mal zeigen, wie man hier so kämpft. Wetten, jetzt kommt Sandwirbel. Okay, okay. Sehr gut. Wo lag ich falsch? Ist das Spiel doch noch fair? Was ist das? Ihr wisst es einfach nicht. Können auch gerne mal schreiben, ob unten rechts so eine gute Position ist für die Orden. Ansonsten mach ich's eventuell woanders. Du bist gefährlich. Tja, pass halt auf. Man sollte sich halt nicht mit nem Shigi anlegen, wa? Ah, jetzt kann ich gar alles. Alle Trainer natürlich besiegen. Hey, ich kenne dich aus dem Bertaniawald. Was? Okay, und wer bist du? Bist du der, den wir besitzt haben? Ach, das ist der Raupi-Typ mit den drei Raupis. Ach, das machen wir fertig. Aber das macht unser Vogel, Freund. Denn der ist sehr effektiv. Oh, scheiße, ich brauch nen Trank. Ich brauch nen Trank. Na gut, wenn's brenzlig wird, dann nehm ich nen Trank. Oh, ja, noch nicht ganz. Das räuchte mir noch nicht aus für einen Grund. Übrigens, ähm, bin ich mir noch nicht ganz sicher, welches Pokémon-Projekt nach diesem kommt. Ich schätze mal aber so ein 2D-Gen, oh shit. Aber dann immer noch Game Boy. Die Remakes mach ich noch nicht, denk ich mal. Ach, dieses Geräusch, es nervt. Ah, nein, was mach ich? Was mach ich? Oh, ich lebe. Lol. Lol, hör auf mit dem Piepen. Dankeschön. Vielen Dank für das Nicht-Piepen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Willst du sterben? Oder ich hole die Polizei. Du Cheater. Vollskäpfer! Noch ein Raub hier. Komm, geh weg, du langweilst. Du langweilst dich. Reicht Level 12. Nice. Ruck-Zuck-Keep. Ja, easy. Du hast mich wiederge-besiegt. Und ich hab ihnen eine andere Stimme gegeben, als er im Verteilniswalt hatte. Aber wenn, juckst. Nee, kann man nicht skippen, nee. Versuch was wirklich. Überall sind Brennnesseln. Und ich trage Shorts. So ein Mist. Ja, aber sowas ist echt scheiße. Da gebe ich ihm recht, da gebe ich ihm recht. Das ist scheiße, sowas. Da, 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 da. Teenager setzt Radfritz ein. Ähm. Tackle, komm. Ruck-Zuck-Keep. Ruck-Zuck-Keep ist eine Attacke, die ist so ähnlich wie Tackle, nur dass es halt so in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zuerst anfängt. Habe ich's gut erklärt? Ich denk schon. Geht's ja auch mit deinem Scheiß. Ja, genau. Ja, genau. Als ob. Jetzt werde ich aber so richtig verarscht hier. Spiel mag mich nicht, ich weiß es. Ich riech es. Nein, bitte kein Item verwenden. Ach, langweilig. Lor weg. Tschüss. Ein Rettern. Nein. Aber ich brauche einen neuen Trank. Das ist uns. Piep, 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 piep. Hm, Tackle kommt. Ich glaube, die Route schaffen wir diese Folge nicht. Aber vielleicht eine Evolution. Das wäre episch. So ein bisschen vorspulen. Kommt ihr in die ganze Zeit nur Tackle und läuft daneben. So, geschafft. Das ist gut, Level 15. Wird sie sich schon entwickeln? Ich glaube, erst nach Level 16. Aqua Knarre, endlich. Ah, ja. Wäre ich heute doch nur daheim geblieben. Ich gebe immer eine andere Stimme, tut mir leid. Ja, erst auf Level 16 entwickelt sich. Du willst auch kämpfen? Hi. Bist du auch ein Trainer? Lass uns kämpfen. Okay. Lass uns kämpfen. Noch ein. Oh, Mann. Vier Pokémon habe ich gesehen, oder? Geh doch weg mit deinem scheiß Raubti und Hornio. Den mag ich nicht. Fadenschuss, ja. Skippen. Es geht jetzt aber nur, wenn die ganze Zeit solche dummen Attacken kommen. Ah, Kokuna. Mit deinen Armen. Geh weg. Ja. Cool, das ist eh nur langweilig. Kann nichts. Kann nur Herdner. Na, schauen, ob ich genug Erfahrungspunkte bekommen. Oh, Level 13. Nice. Ah, Mist. Komm. Ich will Skröte in dieser Folge noch zum Schillock machen. Schicki wird zum Schillock, oder? Ich glaube, ähm, Patek ist auch ab Level, äh, Taubst ja auch noch ab Level 16 ungefähr. Ungefähr so. Ja, mach. Ja, gut. Kann ich vorspulen. Weg mit dir. Niemand mag dich. Tschüss. Und? Na, schade. Miss. Mit diesem Pokémon hätte ich auch leicht gewonnen. Ja, ja. Und was willst du? Hehe. Ich habe meinem Bruder gesagt, er soll Shorts anziehen. Ach, du warst das. Boah, assi, Alter. Den wrecken wir jetzt richtig. Ein Pokémon nur. Habitag. Ach, komm. Dieser Blick. Dieser Blick, Alter. Ich komme nicht klar. Ich komme darauf einfach nicht klar. Ich spuck dich jetzt an. Päh. Das war nicht so effektiv. Ach, Krom. Geh mir weg mit deinem Silberblick, Alter. Lug doch niemand. Ja, Heule, Angriffs-Sings. Du kannst so viel Raum rollen, wenn du willst. In der Hölle. So, jetzt geh weg. Und gib mir doch ein Level ab. Du bist nix zugute. Nein, verloren. Verloren. Wollte erst mal verdammt sagen. Du musst den ganzen Weg wieder hochgehen. Du wegen solchen Idioten. Und du musst auch kämpfen. Warum schaust du mich so faszinierend an? Seid ihr auch Geschwister? Göre möchte kämpfen. Ein Radplatz mal wieder. Was hätte ich ja auch nix anderes erwartet. Wie gesagt, ihr könnt mir ja auch gerne Themen reinschreiben. Ich glaube, ich habe bis jetzt... Wo ich das gerade aufnehme. Da habe ich noch nichts bekommen. Aber ich nehme es doch eh noch auf. Wo ich die dritte Folge nicht hochgeladen habe. Oh, Level 16. Episch. So, Nidoran kann jetzt... Also Patex kann jetzt Nidoran... Richtig wrecken. Ah, das ist was männliches Nidoran. Oh, Huxopi. Komm. Ach. Geh mir weg mit deinem Silberblick. Das will doch niemand sehen. Mit dem dummen Silberblick. Der sieht mal selber, der schwarz-weiß. Au. Tschüss. Und auf nie wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Volltreffer sogar. Nice. Okay. Evolution. Evolution. Und ich kann nicht reden. Bleib immer nett. Hey, Scooter wickelt sich. Oh, es passiert. Ah, das ist der Face. Es muss leider gehen, damit es cooler wird. Oh, lol. Boom. Scooter wurde zu Sherlock. Wie das aussieht. Es sieht cool aus. Es sieht mehr so aus wie die... Heutzutage. Nicht wie der Sprite. Also nicht wie der Artwork von damals. Aber naja. Hey, du. Mein Pokémon war ein Kämpfen. Das glaube ich dir. Mein Schillock will auch kämpfen. Wie sieht das jetzt von hinten aus? Schillock. Was hat der für ein Pokémon? Och, Raupi. Und? Oh, richtig cool. Also das ist echt cool. Aber Patex muss sich ja auch noch entwickeln. Vielleicht sogar noch diese Folge. Wer weiß, wer weiß. Aber dann jetzt vorspulen, weil das ist langweilig. So. Patex, komm, entwickel dich doch. So. Komm, bitte. Level 14. Nice. Mike besiegt Käfer-Sammler. Du hast meine Pokémon besiegt. Das siehst du vollkommen richtig. Hier, glaube ich, im Gras gibt es einen Pummel-Lof sogar zu fangen. Aber das geht nicht an unser Team. Hi. Huch. Sollen das etwa Annäherungsversuche sein? Tz. Das glaubst du aber auch nur du, ne? Ein Pummel-Lof, sage ich ja. Das hat sie da hinten gefangen. Im Gras-Büschel. Komm, das wecken wir jetzt. Spuck ich on, ey. So, jetzt lernen wir auch noch was für heute. Spucken ist nicht gut. Außer, du bist ein Pokémon. Dann ist es okay. Keine Ahnung. Komm, tackle irgendwas. Irgendwas. Ich attacke einfach. Komm, ich mach tackle. Oh, nein. Gesang. Jetzt schlafe ich. Och, nee. Betten, ich habe keinen Wecker dabei. Also, Aufwecker. Natürlich nicht. War ja klar. Ja, jetzt weckt er mich. Nein, bitte nicht. Okay, Taufen. Okay, Patex, zeig dein Können. Du musst jetzt alles unter Beweis stellen, was du kannst, okay? Das täuscht mich nicht. Oh, nein. Ich entrucke zu piep. Egal, Windstoß. Mach das Pummel, du fertig. Fertig. Ja. Dankeschön. Du bist der Beste. Bleib mir fern. Na, du mir fern. Du willst doch mich hier anmachen. Das ist die Route immer noch nicht zu Ende. Was ist los? Ist die länger als im Remake? Und das hier kam sofort nach Trainerin und nicht so ein Berg. Du willst nicht kämpfen? Puh. Ich muss eine Pause machen. Der Weg durch den Tunnel aus Azura City ist sehr beschwerlich. Azura City, was? Route 3 zum Mondberg. Mondberg. Oh, nein. Oh, nein. Erinnerung, komm hoch. Nein. Der schlimmste Berg in der Schicht für Pokémon. Aua. Ich bin über einen kleinen Schein gestolpert. Ein Stein-Pokémon. Wow. Wehtun und hilfreich. So, in diesem Pokémon-Center, da gibt es einen Verkäufer. Und der ist asozial. Der ist dort. Der da ist es, glaube ich. Erstmal meine Pokémon heilen. Ja, ich möchte gerne heilen. Danke. Gut. Ach, du schon wieder. Ach, wenn du keine weiteren Pokémon tragen kannst, solltest du einige via PC ablegen. Alles klar. An meinem Gürtel hängen sechs Pokéwelle. Man kann maximal sechs Pokémon mit sich führen. Das weiß ich ja auch schon. Und du? Hallo. Möchtest du ein Geschäft machen? Ach, das ist der. Okay, jetzt kommt's, Leute. Ich gebe dir einen exzellenten Karpador. Einen exzellenten Karpador? Gute Grammatik. Für läppische 500 Dollar. Interessiert? Dass ich sie eine richtige abzocke. Ja. 500 für einen Karpador. Was einfach das schlechteste Pokémon im ganzen Spiel ist. Ja. Und. Das kann man ganz einfach angeln. Später im Spiel. Also. Wollen wir's machen? Nein. Nein? Ich wollte dir doch einen Gefallen tun. Ja, ja. Sicherlich. Und du? Das Team Rocket terrorisiert die Einwohner von Azubia City. Keinen Tag. Ohne Meldungen über Team Rocket's Schandtaten. Und was steht da drauf? Okay. Gut. Oh Gott. Die Folge ist zu Ende. Die Folge ist zu Ende. Dann gehen wir in die nächste Folge in den Mondberg. Mondberg. Tunneleingang. Genau. Also würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr positive Bewertungen da. Wenn ihr die neue Seite auf meinem Kanal, dann könnt ihr gerne abonnieren und die Glocke anmachen, um nichts zu verpassen. Oben kommt ihr auf meinen Kanal. Links in die nächste Folge. Und das Rest die Plans. Haut rein Leute und tschüss. 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 Tschüss.